Die hier angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. April 2016 bezugsfrei. Die neuwertige Dachgeschosswohnung befindet sich in Leipzig-Sellerhausen-Stöns. Die Immobilie befindet sich in einem 5-Etagen-Haus und wurde 2011 saniert. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wohnfläche der Dachgeschosswohnung liegt bei ca. 55 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung beläuft sich auf 419 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.